Das Fest von der Epiphanie erinnert uns daran, dass die Jesus an das Weltkommas als Licht für alle Völker. Das sind uns als Christen, für das Zaubeid zu drohen, dass das Licht an die ganze Welt herausgedrohen kann. Spezifisch sind natürlich auch Geistlich, die durch ihr Lieben, durch Wut und Sakrament Christus' Licht von allen Völkern an den Menschen präsent setzen. Prêtres pour le Diamant hilft, für das an den Missionsländern die Formation von einheimischen Geistlichen kann assuriert gehen. Das Weltkommas braucht Geistlich. In der ganzen Welt gibt es Menschen, die in der Wesen im Umfang von Jesus. Die Geistlichen aber denken, dass die Aufgabe von dem Herrgott von ganz konkret Gesicht zu gehen, ganz bei den Menschen zu sehen. Gerade in Ländern wie Afrika, Südamerika oder Asien oder durch die Welt, brauchen immer Menschen, die sich ganz hier gehen. Jesus hat gesagt, ich finde ich bestimmt, wie er rausgeht an die Welt, eine Frucht bringt. Das fanden wir aber immer alles im Evangelium. Das war mein Leitmotiv, wie ich für 13 Jahre zum Priester geweiht geholfen. Ein Wut, das habe ich bis heute bereiert, weil es mich encouragiert, an vielen anderen Menschen rauszugehen an die Welt und die Evangelium zu verkündigen. Ich komme aus dem Kongo und im Kongo habe ich gemacht, im Kongo habe ich in den großen Seminaren des Kalondas, die Philosophie des Seminaren des Kalondas, das ist einer der Seminaren unterstützt von Mission Luxembourg. Also, wenn es die Formation gegeben ist, die Formation nicht möglich wäre, wenn es nicht mehr finanziell ist, wenn es nicht mehr finanziell ist, aber auch wenn es nicht mehr eine Hilfe für die Menschen, die sich engagieren und zu helfen, diese Formation nicht möglich wäre, wenn es die Formation nicht möglich wäre, die Formation nicht möglich wäre했 Перриherr Tenet, ich auch disseminate die denntechnische Studie, die Formation skillvolle, sondern Menschen würde diese Formation لكن ändern vermeiden und die Formation Arachen zum Beispiel, die Formation KNOWLEDF-UNK, vermittelt, Developen inalled future, die Mit selon你要 die Erdäune und Poud erdifte zu klein, Le Poulayers… YDRher und Gros Erleveивается, und initiiert die Seminaris zu all diesen kleinen Initiativen, so dass sie, wenn sie einen Präsidenten haben, sie können sie auch in charge nehmen. Aber in der Formation sie selbst, ist eine Formation der Philosophie, die für die Seminaris, zu verstehen, die Menschen, die Menschen stellen, und das auf der Weise der Hoffnung. Warum braucht man die Welt? des prêtres. D'abord, la mission des prêtres et d'annoncer la bonne nouvelle du salut. A la fois de montrer en quoi l'évangile reste encore d'actualité. Mais cela non seulement parce que l'homme a besoin de la nourriture physique, mais il a aussi besoin d'une nourriture spirituelle. Quand les gens sont confrontés à des difficultés, à la mort, Sie haben eine Worteilung, die sie unterstützt. Wenn die Menschen oder sie wollen, haben sie auch eine Worteilung, die sie zu unterstützen. Und da, in der gute Nouvelle des Saluts, in der Evangelium, wir haben die Piste, und die Prätein des Prätters ist gut da. Wir sind alle baptisierte. Und als baptisierte, wir haben die Mission zu tun, zu zeigen, zu helfen, zu unterstützen. Aber auch hier in Luxembourg, wir haben die Mission zu unterstützen, die Prätein des Prätein des Prätein des Luxembourgen, die Prätein des Prätein des Luxembourgen, die Religionen und Religionen, aber auch die Familien hier in Luxembourg. weil der Evangelium geöffnet, wir haben die Evangelium geöffnet, zu zeigen, die Evangelium in unserer Gemeinschaft. Wir haben also eine double Mission, die universel ist. Aber diese universel beginnt erst mit dem Lokal, mit dem Ort, wo ich wohne, wo ich arbeite, in unserer Familie, und aufgrund der Welt. Neben den großen gemeinsamen Projekten vom Apostel Petrus wirk, unterstützt mich in Luxembourg ganz konkret feuer Seminären an Indien, Indonesien, an Ruanda, an der Demokratischen Republik von Kongo. Ihr persönlich könnt uns unterstützen, einerseits durch das Gebiet für geistliche Missionen, auf der anderen Seite auch durch viele Intentionen, die wir da können, in den geistlichen Zaukommelosen, an, durch Dauen oder auch durch eine ganz konkrete Parrainage. Mit 1.500 Euro können auch ein Seminarist einen Studieplatz aus einem heimischen Land garantieren. So nähe ich am Vierhaus. Vielen Dank für das Gebiet und eine schöne Rosität. Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank.